Ja, war, glaube ich, ein guter Testgegner, der uns da gut gefordert hat und denke aber, dass wir insgesamt, glaube ich, auch schon verdient gewonnen haben. Ich glaube, dass wir über das ganze Spiel schon die bessere Mannschaft waren und uns auch noch einige mehr Torchancen herausgespielt haben, die wir vielleicht nutzen hätten können. Deswegen geht es auch insgesamt der Sieg schon in Ordnung.